Die Balzer Edition IM12 Masterpiece. Die Profi-Fiederrouten von Top Champion Michael Zamataro. Routen, die ihresgleichen suchen. Enorm stabil durch das neu entwickelte GMW IM12 Carbon mit verwebten Metallfäden. Die spezielle Teilung und die langen Zapfenverbindungen sorgen für ein Optimum an Wurfweite. Das Ergebnis aerodynamischer Studien und unzähliger Praxistests. Die Balzer Masterpiece-Serie. Hightech-Routen bis ins kleinste Detail optimiert. Extrem hochwertig die Titanium-Sickringe, der Original Fuji Rollenhalter sowie die Griffe aus portugiesischem Naturkork. Die Fiederrouten von Michael Zamataro. Erhältlich in den Versionen Light Feeder, Medium Feeder, Heavy Feeder, Ultra Heavy Feeder und Match Feeder. Willkommen in der Champions League mit der Balzer Edition IM12 Masterpiece.